Ist hier noch irgendwo was, wo ich einen Wookie befreien kann? Ja. Wetten, der springt jetzt wieder rein. Das will ich jetzt wissen. Wetten? 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 Er lebt aber noch. Blitze! Und zack, und zack. Du noch? Dahinten ist noch einer mit dem Schild. Gucken wir da erstmal dich raus, wa? Und sonst ist hier nichts? Okay. Aha. Wieder Barriere. Holocron. Hier ist irgendwo noch einer. Ach, da ist er ja. Eine Machttalentsphäre. Schön. Ich sehe da hinten was, was mich ganz und gar nicht erfreut. Ey, du kannst halt durchschießen. Ne. Kannst du ja irgendwie nicht. So. Ich habe unbegrenzt Energie. Die kriegst du jetzt zu spüren. Na komm schon. Yeah. Das war eine... Ah, imperiale Aufräumtruppen sind das. Okay. Komm, wir haben alle befreit. Befreien wir dich. Oh ja, nun komm, Nüster. Da ist noch einer. Was mir so überhaupt nicht gefällt. Boah, der Wookie macht ganz schön böse Schaden. Weltklasse. Aber hier war nur ein Holocron. Ach. Kaum sage ich es. Ist der nächste da. Diesmal ohne Roboter. Und wieder Machtpunkte. Schön. Danke nochmals für die Hilfe. Hier ist nichts drin. Dann können wir weiter. Ja, das war jetzt nicht wirklich schwer. Da war ein Speicherpunkt. Das ist schon mal gut zu wissen. Und dann kämpfen wir uns mal weiter durch, äh, Kashyyyk. Ich brauche gern wenig Hilfe. Mein Augenblick. Roxy greift gerade auf die Bauklinik. Master, wenn Sie diesen Fangenstrahl stürmen können, könnte die resultierende Schockwelle ausreichen, um die Himmels-Plattform zu zerstürmen. Okay. Sie können mit der Zerstörung der Verankerung beginnen. Ich sollte sie in den Wagen. Es wird, um sie zu spüren. Na gut. Gut. Also irgendwie ist hier bei mir gerade der Stimmensound unheimlich leise. Keine Ahnung, woran das liegt. Die Einstellungen sind dieselben. Hm. Also ich hoffe, das war bei euch nicht auch so. Bei mir auf dem Ohr war das Gespräch gerade sehr leise. Das musste ich sogar mitlesen, um alles verstehen zu können. Aber machen wir einfach mal weiter. Mit dem Lag. Weil wir es können. Weil ich ein ganz tolles Spiel habe hier. Huch. Das Ding muss ich also irgendwie zerstören. Da ist ihn schon mal scharf schützen. So, jetzt haben wir den an der Wumme schon mal. Geht der nächste dran. Und macht Breakdance. Ah, da ist ja so ein Großer. Boah, das war glaube ich jetzt zu viel, was ich mir aufgeheizt habe. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Hm. Das war knapp. Vielleicht können wir jetzt zumindest erstmal den besiegen hier. Irgendwie. Ohne, dass er uns abschießt. Da macht immer noch einer Breakdance. Scheiße. Scheiße. Der schießt aber auch schnell. Na komm schon. Hm. Nein, Mann, oh. Weil ich daneben geschossen habe. Also gut. Hier müssen wir auf jeden Fall einen Bereich nach dem anderen abgrasen. Und können uns wohl nicht allen gleichzeitig stellen. So, den ersten hätten wir schon mal runtergeholt. Komm, erstmal den da. Jawohl. Und den zweiten am Geschütz besiegt. Du musst zuerst sterben. Das geht ja gar nicht. Und jetzt du. Komm schon. Da schießt er wieder daneben. Gut. Damit wäre die erste Aufwand-Truppe besiegt. Ziehen wir weiter. Da hinten wird meine Gesundheit wieder aufgefüllt. Ich gehe mal so rum. Da hinten sind nämlich Wookies. Die möchte ich sehr gern befreien. Da ist ein Holocron. So. Wow. Hör doch mal auf. Ist doch nicht nett. Was bist du? Unbegrenzte Energie. Oh, wie hartnäckig die aus sind. Du noch. Okay, du. Gut. Jetzt möchte ich erst mal wieder zurück. Da hinten sehe ich noch einen Holocron. Und wo ist die... Jetzt habe ich mich verschluckt. Die Aufräum-Truppe da hinten. Bäm. Das scheint dem aber... Scheint den irgendwie nicht wirklich Wook zu haben, ne? Die gute Aufräum-Truppe. Oh. Blitz. Okay. Noch einen. Dann sammeln wir uns erst mal die beiden Holocrons ein, die ich da gesehen habe. Trifft er mich? So. Bonus-Ziel erfüllt. Verdiente Machtpunkte. Jawohl. Na. Und nochmal 10.000 Machtpunkte. Und hier war doch auch noch einer. Genau. Da hinten im Baum. Puh. Das ist aber nicht gerade leicht. Hier komme ich da so dran, ne? Ja, von hier auf jeden Fall, oder? Ja. Violetter Lichtschwertkristall. Ich finde den roten eigentlich so stilvoll, dass ich den glatt behalten möchte. Da sind noch Wookies. Die hole ich da erstmal raus. Hier habe ich soweit alles aufgeräumt. Und das erledigt doch wohl der Wookie für mich. Ach, jetzt rennt der in meine Blitze rein, der clevere Kerl. Dann hole ich euch auch nochmal raus. Merde. Aber den sollte ich jetzt... Yeah. Ja, mit etwas taktischerem Vorgehen läuft das ja hier alles schon ein bisschen besser. Dann müssten wir hier noch ein paar Truppen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auch noch ein Sniper. Und hier hatten wir doch gesteigerten Schaden, ne? Oh ja, aber wie gesteigert der Schaden ist. So, dann holen wir euch. Ah, eigentlich brauche ich euch ja nicht mehr rausholen. Aber wir sind ja lieb und nett. Und das... Ja. Das machen wir jetzt nach und nach. Nee. Dich. Oh oh. Hallo. Ein AT-ST. Und wo? Wo denn? Den möchte ich eigentlich erstmal besiegen, bevor ich weitermache. Aber ich sehe ihn nicht. Wir schleichen uns von hinten ran. Pssst. Da ist er. Er sieht uns nicht. Er sieht uns wirklich nicht. Und ich hüpfe in Strom. Ozzyk Stern. Das scheint ja der Endgegner zu sein. Blitz. Okay. Ich habe doch hier was gesehen. Kann ich denn den Stein schmeißen nach dir? Nee, ne? Ja, den sollten wir eigentlich mit ein paar Blitzen. Boah, er hat ja ein Scharfschützengewehr. Und die Blitze sind wieder alle. Kurz in Deckung. Dass er uns nicht trifft. Und dann wieder die Blitze. Scheint ja nicht so ein Problem zu sein. Mit unseren Machtblitzen Stufe 3. Hihihihi. Hihihihi. Hallo. Hallöchen. Und wir in Deckung. Aufladen lassen. Düb-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Hallöchen. Und... Achso, X. A. Hihihi. Y. B. Coole Sache. Ein Quick-Time-Event, den ich nicht verkackt habe. So, jetzt müssen wir hier nur die restlichen... Ja, was auch... Und dann... Die restlichen Leiter hier rausdingsen. Uh, der fliegt aber weit. Ne, hier waren wir schon.